Ich habe, du hast, er sie es hat. Was? Ich habe, ich habe ein Kind. Hast du, hast du Kinder? Du hast, du hast drei Kinder. Hat er Kinder? Hat der Mann Kinder? Der Mann hat zwei Kinder. Er hat, er hat zwei Kinder. Hat sie Kinder? Hat die Frau Kinder? Die Frau hat keine Kinder. Sie hat, sie hat keine Kinder. Was hat es? Was hat das Haus? Das Haus hat ein Fenster. Es hat, es hat ein Fenster. Wir haben, ihr habt, sie haben. Wir haben, ihr habt, sie haben. Was? Wir haben, wir haben Durst. Habt ihr, habt ihr Durst? Ihr habt, ihr habt Durst. Sie haben, sie haben Durst. Du, ihr, ihr, höflich, sie. Du hast, ihr habt, höflich, sie haben. Hast du Hunger? Haben sie, haben sie Hunger? Habt ihr Hunger? Habt ihr Hunger? Haben sie Hunger? Hunger? Ja. Wart ihr Hunger? Gü Forn? Vielen Dank.